So, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Mit dem Rosen und mit dem Standartinger hinter mir. Das ist der Standartinger. Marcel? Hä? Ja? Nein! Nein! Schaut euch nie nach! Schaut euch nie nach! Habe ich schon gemacht! Habe ich schon gemacht! Ja! Vierte! Hi! Die sieht man auch mal wieder! Jo, jetzt haben wir noch ganz kurz zwei Mitchell getroffen von uns! Jetzt müssen wir noch ganz kurz zum Rosen fahren! Weil da würde sich seine Lederkombi anziehen! So! Da bin ich wieder zurück! Bin ganz kurz mit dem Pitbike gefahren, richtig geiles Teil! Paar Wheelies gedreht, also so Anfänger-Wheelies halt! So, genau über was ich eigentlich heute reden wollte! Es wurden mir jetzt mehrere Fragen gestellt! Ähm, Leistung beim Moped erhöhen! Was ist sinnvoller, AM-Führerschein oder eher der A1-Führerschein mit 16? Und nachdem, äh, warte mal! Da war noch eine irgendeine Frage! Die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig! Auf jeden Fall sind es mehr als vier Fragen! Und die möchte ich jetzt nicht alle in jedem Motorflot beantworten! Ich werde ein, ähm, ja, ein, ja, wie sagt man, ein FAQ irgendwie so machen! Also ich beantworte alle Kommentare in einem Video! Verdammt, jetzt habe ich wieder vergessen, wie das Thema heißt! Verdammte Scheiße! Ja, vielleicht fällt es mich ja dann nochmal ein! Mann, Alter, mir fällt es nicht mehr an, was ich sagen wollte! Verdammte Scheiße! Mann, mein Lämpchen ist auch wieder rausgegangen! Alter, jetzt habe ich glaube ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, die ganze Zeit! Ah, das geht mir schon wieder an! Ah ja! Jetzt fahr jetzt mal wieder ein, was ich sagen wollte! Alter, komm! Erst einmal danke für die 300 Abonnenten! Ah, ich weiß nicht! Ich habe jetzt einfach noch so viele Fragen, Leute! So viele Fragen, Leute! So viele Fragen! So! Dann sage ich danke fürs Zusehen! Abonniert mich, wenn ihr wollt! Aber nur, wenn ihr wollt! Wie gesagt, die ganzen Kommentare werde ich im nächsten Video beantworten. Ich sage euch danke fürs Zusehen, Servus!